Wo kommen die her? Vorwärts! So, die Org-Horde, die folgt dem Titanen weiter. Mir nach! Oh, ich habe vergessen, da hinten die Kiste zu schildern. Das machen wir auf dem Rückweg. Verschwindet! So, der Seelfels ist aktiviert. Wir sehen die feindliche Stadt. Ah, die sind... Okay, besetzt, ja. Was ist? Vorwärts! Also ja, die paar Eiswerfer sind halt das Hauptproblem. Und natürlich die Elfen an sich selber. Und los! Was ist da los, meine Keule? Schnell! Sofort! Darf ich töten? Wo kommt die her? Okay. Jetzt geht das richtige Stanz los. Wo ist meine Keule? Wo kommt die her? Feindliche Abgriffe! Sie sind ganz ernst! Äh, ups. Verschwinden! Lass ihn zurück! Sie sind überall! Sie sind überall! Weggehen! Nicht zurückweisen! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Tote in Feinden! Oh, wir haben die... Wir haben die Zerweinbaut und nicht mehr Särker jetzt. Schlag sie zurück! Schließt die Reihen! Krieg! Wir sollen weggehen! Okay. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Verschwinde! Schließt die Reihen! Okay, gibt's auch doch mal genug zu zerstören. Wo kommen die her? Schnell! Für den Orden! Die sollen weggehen! Meines Ernst! Ein Gegenangriff! Wo kommen die her? Verstärkt die Deckung! Was ist passiert? Feindlicher Angriff! Meines Ernst! Ein Gegenangriff! Und weiter heilen! Feindlicher Angriff! Wo kommen die her? Sie sind zurückhaltend! Und weiter heilen! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Wo kommen die her? Sie sind zurückhaltend! Was ist? Was ist passiert? So, die drei Türmütter! Weg! Die meinen es ernst! Was sehen die euch vor? Wo kommen die her? Ja, die stellen so das Hauptproblem vor! Und los! Was wir im Augenblick haben! Ja, die Besserer können nachziehen! Darf ich teil dir aus? Nachziehen! Und ja, die Forstwesen hier, die sehen auch nicht gerade einladend aus! Was ist? Was ist? Was? Wie? Was? Ein Gegenangriff! Was ist? Was ist? Wie? Ein Gegenangriff! Was ist? Wie? Wie? Zu den Waffen! Bereit! Mir nach! So! Dann gucken wir mal! Was haben wir hier verloren? Der Trommler und zwei Veteranen! Das ist nicht so die Welt! Und trollmäßig haben wir verloren! Ein Berserker! Und drei von denen! Ah! Nein! Ah! Ah! Wir haben keinen Helden verloren! Das ist gut! Oh nein! Stehe bereit. Die Forstwesen haben den Spawn. Okay. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Geistbrecher. Geistbrecher, okay. Wenn wir auf die Truppen warten, was etwas dauert kann, holen wir uns auch noch die Kiste hier. Was ist? Weil bis jetzt ist gerade mal der Berserker fertig. Okay, die Ork-Truppen sind auch fertig und auf dem Weg. Oh, Sturmfaust. Den zu fällen wird auch noch ein Spaß werden. Der Schett hat aber auch noch was zu bewachen. Und wir haben auch hier kein Holz mehr. So, was haben wir hier noch drin? Steinbruch. Ah, gut. Ja, ich werde ein bisschen Holz aufbringen, um hier am Turm ein paar Steinwerfer hinzubauen. Weil wenn wir dann mit den ganzen Frostwesen hier kämpfen, ich weiß nicht, wie viele auf uns zukommen werden. Wenn alle auf einmal kommen, könnte es bitter werden. Ähm. Habe ich noch ein bisschen Defense-Schutz. Soweit ich nämlich mich erinnere, sind die Steinwerfer der Trolle verdammt übertriebene Verteidigungsgebäude gewesen. Was ist? Krieg. Was liegt an? Vor allem, es sind nicht gerade wenig Eiswesen. Und ich nehme mal an, im Gegensatz zu den Elfen können die zuhauen. Wir müssen sie halt stark genug schwächen und die Zermalmer durchbringen, damit die den Elementarpunkt zerstören können. Also ihren Spawner. Darf ich töten? Was denn? Geht's los? Hier schon. Oh. In der Zeit, wo die Türme hochgezogen werden, kann ich mir vielleicht auch sogar noch die Nahrung zusammensammeln, um nochmal 10 Werfer auszubilden. Weil wie gesagt, Steinmangel haben wir nicht. Und 10 Werfer können wir uns locker leisten. Jedenfalls lockerer als, ähm, Brander. Die hat ziemlich viel Holzkosten, wobei das geht auch noch, gerade so. Aber ja, gerade Werfer mit Feuerbrocken, die effektiv sein sollten gegen Frost. Hoffe ich mal. Auch wenn in diesem Spiel scheinbar Frost effektiv gegen Feuer ist. Mann, das sind viele, ey. Stehe bereit. Warum habt ihr mich gerufen? Mann, hast du mich gerufen? Mann, danke. Mann! 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 Jetzt kommt die da nicht durch. Ja, ja schon. Doch, jetzt kommt sie durch. So, das heißt, wir können jetzt... Vorletztes Nahrungsupgrade und Werfer. Was? Wenn es sein muss. Sagen wir mal so, hier oben wäre noch Holz zu holen. Gerade hier in dem Elfenlager. Ich glaube, das fangen wir an ab. Was passiert also? Ach, die können wir stehen lassen. Und ja, unsere Werfer werden ausgebildet. Das ist schön. Unsere Felsschleuderer stehen auch dann bereit. Wir müssen auch immer dran denken. Unsere Trummen sind nur 13. Die Gegner sind Level 22. Und töten Eisbeschwörerinnen, als ob es nichts wäre. Unterricht seguid la Renaissance er ho�� για fürs Tre화. Unsere Trummen sind nur 16 Jahre Gonnaen oder um 30. Unterricht sagt, wenn wir den Berg gegen Zeugen sind. Unsere Trummen sind nur 16 Jahre lang. Sieht auf irgendwas gescht. und werfen immer etwas wie was. Ja, uns fehlt noch ne Dunkelhäfenruhne. Pläne haben wir ja ein paar. Die gucken wir uns dann aber nachher erst an, wenn wir die Ruhne haben. Bitte fertig, was? Wenn's sein muss. So, die Werfer sind bereit. Sie müssen nur noch ankommen. So, die Werfer sind. So, die Werfer sind.